Hey Skatfreunde, es wird doch mal wieder allerhöchste Zeit für ein kleines Analysevideo und diese Partie wurde gespielt kurz vor Weihnachten und deswegen habe ich auch versucht sie unter dem Titel die heiligen vier Könige, um nicht zu sagen die Gegenkarte des Grauens, kurz vor Weihnachten für euch aufzunehmen. Ich war aber mit dem Ergebnis irgendwie nicht so ganz zufrieden und habe gedacht, hey das kriege ich nochmal besser hin, das mache ich nochmal mehr auf den Punkt ein andermal. Heute soll es dann soweit sein, worum geht es also? Vorhand spielt gleich Kreuz, unser Partner in Hinterhand hat immerhin noch 20 gereizt und wir haben eben hier die schon genannten vier Könige, ein wirklich schlimmes Gegenblatt. Ja und was könnte da überhaupt gehen, was habt ihr vielleicht für eine Fantasie, welches Spiel wie überhaupt geschlagen werden kann, das schauen wir uns gleich an. Vorher möchte ich wie üblich nochmal den Fokus auf die Skatfreunde Discord Community richten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da einsteigt und um noch ein bisschen Stimmung wieder hier in den Laden zu bringen, habe ich eine neue Kategorie geöffnet, Regelquiz und Regeldiskussion. Das ist so ein bisschen wie, wer wird Millionär nur ohne die Millionen. Also ihr könnt Regelfragen beantworten, wie sie auch an das Skatgericht gestellt wurden. Einmal die Woche haue ich da was Neues raus und da wird schon fleißig hier mitgeknobelt. Die Community ist schon auf über 600 Spieler, Skatfreunde angewachsen. Seid gerne mit dabei und schaut, was dann auch darüber diskutiert wird, dass ich ansonsten hier regelmäßig auch Updates zum Skatfreunde App zu meinem nächsten großen Projekt gebe. Das versteht sich ja von selbst und es motiviert das Team einfach unglaublich, wenn ihr hier auch dabei seid, wenn ihr euch connectet, verbindet mit mir, mit dem Team, mit den ganzen Skatfreunden, die sich auch dafür begeistern. Also Link wie immer unten in der Beschreibung. Ja und dann gucken wir uns die Geschichte mal an. Also wie gesagt, wir hatten natürlich nicht gereizt. Hinterhand noch 20 Vorhandnahmen auf, drückte, spielte Kreuz und öffnete das Spiel mit der Kreuz 9. Ich denke an der Stelle, ja, erste Frage. Sollten wir direkt den Kreuz Buben legen oder den König? Naja, das Übliche ist sicher hier erstmal den Kreuz König zu legen. So geschah es auch in der Partie und dann kam von unserem Partner die Kreuz Dame. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage nach diesem naheliegenden Zug. Wie machen wir denn jetzt eigentlich weiter? Naja, ich meine, ihr kennt mich ja. Ich habe ja keine Ängste, so einen König irgendwie auszuspielen und irgendeinen müssen wir ja auch ausspielen und auf den langen Weg eine kurze Farbe zu greifen, ist denke ich auch naheliegend. Allerdings, wer jetzt sagen wir mal gesagt hat, hey, wir nehmen irgendeinen König, Pik König oder Karo König, der ist dicht am Originalverlauf dran, aber nicht an dem möglichen Sieg. Es wird hier ein präziser Zug gebraucht, der an sich auch nur zeigt, auch derjenige, der nicht trumpfstark ist, derjenige, der in der Gegenspielerrolle eher so ein bisschen den passiven Part hat, auch der muss eben aufpassen. Und das bedeutet an der Stelle, Kreuz Bube abziehen ist hier ein Pflichtzug, um einfach zu verhindern, dass wir später im Spielverlauf eben überhaupt wieder rankommen. Jetzt könnt ihr sagen, ja erstmal, hey, bei dem Spiel kommt es doch wohl wirklich nicht drauf an. Wir werden gleich sehen, doch, auch bei diesem Spiel kommt es drauf an. Und dass man natürlich ein bisschen Fantasie braucht, um überhaupt eine Verteilung sich auszudenken, die plausibel gereizt worden ist und die wir schlagen können. Das ist das eine, dass der Kreuz Bube aber an sich nicht falsch sein kann, ist ja auch das andere, denn es gibt natürlich nicht eine einzige Farbe. Also wir haben ja gar keinen Blanken, sodass es gar keine Fantasie gibt, den Kreuz Buben im Spielverlauf in einem Überstich irgendwie zu verwurschteln. Das heißt ganz logischerweise, egal ob wir jetzt das Ass von unserem Partner treffen, kurze Zeit später wird irgendwann der Alleinspieler durch den Stich wieder rankommen, durch die Zehen, durch ein Einstechen und dann wird er uns wieder mit Trumpf anspielen und dann müssen wir aus diesem Gemüse wieder antreten. Also im Originalverlauf wurde eben dieser präzise naheliegende oder sagen wir mal dieser Zug, den man ab einem gewissen Level sicher als naheliegend erkennt, nicht gespielt. Es wurde einfach der Karo König gespielt. Es passierte folgendes, Karo König, Karo Ass, Alleinspieler musste bedienen, 22 Augen, Karo Dame hinterher, Karo 9, Karo 7 von uns. Also offensichtlich Karo 10 gedrückt und Karo stand 2 zu 2. Jetzt kam von unserem Partner das Herz Ass. Der Alleinspieler sagte, lecker schnapp ich mir, 22 Augen und spielte Trumpf Lusche, woraufhin jetzt eben der Kreuz Bupe fiel. Dieser Stich wäre eben nicht möglich gewesen, wenn wir den vorher gezogen hätten und Kreuz 8 von unserem Partner. Und ich decke jetzt gleich mal einmal die Karten auf, denn wir sind jetzt nicht mehr in einer Siegstellung. Es ist jetzt das Kind quasi in den Brunnen gefallen. Aber habt ihr eine Idee, was unser Partner noch so für Karten in der Hand haben könnte? Wie viele Trümpfe der Alleinspieler hatte und mit welchen kurios wenigen Stichen er jetzt das Spiel gewinnt? Ja, da sind wir irgendwo wieder. Das hätte man potenziell auch nach dem ersten Stich schon einiges von ahnen können. Unser Partner hat jetzt im Endspiel tatsächlich noch zwei Buben, die bestellte Pik 10. Das heißt, der stand ursprünglich auf einem Rollmops. Pik Karo Bube, Kreuz Dame Lusche, Pik 10 Lusche und dann zweimal das Ass. Einmal Herz Ass 9, einmal Karo Ass Dame. Damit hatte er 20 gesagt. Das kann man machen, obwohl es auch schon ein bisschen verwegen ist. Aber vor allen Dingen aufgrund dieser Reizung konnte man daran schon, dass er den Trumpf bei uns gelassen hat, schon erkennen, dass er an sich vier Trumpf dagegen haben muss. Dass er nämlich zwei Buben haben muss. Sonst wäre sicher eher ein Bauer rausgekommen, dass beide Trumpfollen beim Alleinspieler sind. Und daraus eben die Ableitung, zwei Buben sollten bei unserem Partner sein. Sonst hätte der mit einem Buben, also sonst wäre sicher ein Bube vom Alleinspieler ausgespielt worden. Also zwei Buben. Und warum übernimmt er nicht den Kreuzkönig, weil er eben vier Trümpfe hat? Und das hätte den Abzug des Kreuzbuben vorher schon begünstigt. Der Alleinspieler steht jetzt also noch in folgender schönen Restkarte, hatte tatsächlich einen Fünftrümpfer mit diesem Pik Ass zu dritt. Und Karo 8, 9, der einzige Grund, warum er dieses Spiel eben machen konnte ist oder warum er es gereizt hat. Er hat Kreuz Ass 10, er hat Pik Ass, er hat zwei rote Zehner. Er hat jetzt schlecht gefunden und hat sich dann am Ende eben entschieden, 20 Augen zu drücken. Die blanke Herz 10 und die Karo 10. Dann hat er diesen ersten Stich gemacht, Herz Ass gestochen auf 42. Und jetzt ist er nach diesem Bubenstich in der glücklichen Situation, dass er eben jetzt immer gewinnt. Wenn wir Pik ausspielen, dann kommt er offensichtlich an die Pik 10 ran, so wie es jetzt lief. Herz 8, Herz 9 eingestochen mit der Trumpf 10 und dann das Pik Ass trocken gezogen auf 63. Das heißt, der Alleinspieler gewann in der Originalpartie mit genau sechs Vollen und keinem einzigen Bild. Auch jetzt nicht so üblich und typisch. Und was wäre eben der Unterschied gewesen, wenn wir den Kreuz Buben vorher abgezogen hätten im zweiten Stich? Dann wäre einfach nach diesem Einstich, wenn das Spiel ansonsten dann genauso weitergelaufen hätte, der Alleinspieler quasi schachmatt. Er hätte jetzt eben nicht mehr Trumpf ausspielen können. Dann bekommt er im besten Fall gar keinen Stich mehr, wenn wir nämlich die beiden Piken auf Trumpf abwerfen und danach mit Herz wieder ins Spiel kommen. Also wäre ihm wohl oder übel nichts anderes übrig geblieben, als Pik Ass zu ziehen. Das wäre sicher für ihn die beste Siegidee. Und zu hoffen, dass eben jetzt wir hier wieder rankommen mit der Pik 10, damit er noch seinen Trumpf verstechen kann. Aber genau das wäre eben nicht passiert. Gegen Karte des Grauens, eben nur Könige hier stehen, heißt eben auch, unser Trumpf starker Partner wäre sogar mit der Pik 10 rangekommen und hätte eben jetzt durch Vorzug des Pik Buben erzwingen können, die Trumpf 10 zu bekommen. Und damit hätte es für den Alleinspieler eben am Ende nur noch einen Stich gegeben mit Karu Bube, Herz Bube. Idealerweise, das heißt, er wäre dann bei 57 stehen geblieben. Also, ganz interessante Partie fand ich. Die Kleinigkeiten, die dann den Unterschied machen und was das überhaupt für ein Spiel gewesen sein, konnte, dass wir mit diesen vier Königen schlagen, dass wir tatsächlich eben auch ein Spiel schlagen können, wo unser Trumpf starker Partner an sich zu viele volle hat. Karu ist dabei, Herz ist dabei und Pik 10, dass trotzdem was geht. Das ist eben nicht so häufig, aber hier war es eben der Fall. Und deswegen die Quintessenz, das, was wir hier daraus lernen können. Auch wenn du wenige Trümpfe hast, auch wenn dein Blatt im Gegenspiel beschissen aussieht, sei fokussiert, versuch die besten Züge zu finden. Manchmal geht dann eben doch was. Und ja, echt gespielte Partie, ganz plausible Verteilung. Also immer dran glauben. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Bleibt immer am Ball und wie immer gut Blatt. Das soll es für heute gewesen sein.